Wir richten heute dieses unglaublich schöne Haus ein. Und ich habe euch auf YouTube und Instagram gefragt, wir starten wie immer mit der Küche. Ein Zimmer, in dem sich sowohl Wednesday als auch He-Nit wohlfühlt. Wenn wir das auf der Seite schwarz machen und auf der anderen Seite bunt. Das ist wirklich ein unglaublich toller Raum, Freunde. Ein Zimmer, in dem sich eine Prinzessin wohlfühlen würde. Mit dem wundervollen Blick auf die Hauptstraße raus. Ich hatte eine Kutsche im Angebot. Endlich mal ein normales Zimmer. Wir machen das Büro. In diesem Zimmer würde sich eine Künstlerin wohlfühlen. Ich will es nicht verschreien, aber ich glaube, das wird mein Lieblingsraum.